Haben Sie eine Idee, warum es beim HSV so schwierig ist, Konstanz, Kontinuität reinzubringen? Ja, das ist jetzt ein bisschen arg tiefgegriffen. Ich glaube schon, dass es nur von den Ergebnissen her jetzt mal, also in München kann man schon verlieren. So nicht, wie wir es gemacht haben, aber kann man schon verlieren. Und gegen Gladbach, dass sie da mal ein enges Spiel auch verlieren kann. Deswegen, also so dramatisch jetzt, wie Sie es jetzt sehen, das ist ja so typisch. Hoch, runter, hoch, runter. Warum? Lass uns doch mal normal weiterarbeiten. Also so schlimm war es jetzt nicht.